Ja, liebe Freunde, die 80er Jahre waren durchaus eine kultige Zeit, sei es im Film, sei es im Kino, im Fernsehen oder aber auch in der Musikbranche. Der nun folgende dunkelhäutige Popmusik-Titan, der so gerne ein Weiser sein wollte, hat mit seiner Musik bereits ganze Generationen geprägt. Seine Hits sind bis heute oben, doch dann ging es leider mit Ebenberg ab, weiße kurze Nase, weiße Haar und so weiter bis heute Abend. Denn heute Abend hat sich das OTV Showballett dieses dunkelhäutigen Pop-Titan angenommen und hier ist für euch das OTV Showballett mit Michael Che. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. miser check I'm my love Optialky Oh, yeah, my love I'm my son She Lord I'm we Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020